Hallöle Leute! Heute wurde ich getaggt. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, ich hab Fragen gestellt bekommen und die beantworte ich jetzt. Die erste Frage ist, besitzt du eine Brille? Also eine Brille hab ich schon, aber es ist eine Sonnenbrille. Eine richtige Brille hab ich nicht, brauch ich nicht, ja. Zweite Frage, was ist am besten? Anime, Fantasy oder Science Fiction? Ja, ich spiel gern Anime-Games, wie zum Beispiel L-Sword oder Fiesta. Fantasy spiel ich auch ganz gern, Final Fantasy, Science Fiction spiel ich aber im Moment nicht so. Was ist dein Lieblings-Videospiel? Ja, da spiel ich an erster Stelle ganz gern Minecraft, MMOs spiel ich auch ganz gerne und so Shooter wie Call of Duty spiel ich auch. Welches Spiel hast du als erstes gespielt? Ah, da war ich fünf, sechs Jahre, hab mein Game Boy von meinen Eltern geschenkt bekommen und dann hab ich Super Mario gespielt. Ja, da war noch so eine Zeit, da war ich Game Boy, hab Super Mario den ganzen Tag gespielt und ja, hab versucht das durchzubekommen. Dann hab ich das durch und dann hab ich mir neue Spiele halt gesucht. Ja, und jetzt die Frage, ob Playstation 3 vs. Xbox vs. Wii. Ja, eine Wii hab ich ja selber zu Hause, weil ich hab die Mega gekauft, als Playstation 3 noch nicht da war. Ja, Playstation 3 und Xbox würde ich mir auch gerne holen, aber ich will ja nicht so viele haben. Und ja, die würde ich auch nur empfehlen, die beiden, ja. Ähm, wann hattest du deine Ernstverbindung mit dem Internet? Ah, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da war ich vier, fünf oder sechs Jahre, da war ich bei meiner Cousine. Die hat mich dann an ihrem PC gelassen und ich durfte mit ihren Freunden chatten. Das fand ich damals so super, da ist, äh, ja, da hab ich immer gern auf die Kasten gehauen und irgendeinen Unsinn geschrieben, ja. Mal, was ist dein Lieblingsfilm? Also mein Lieblingsfilm, ja, ich guck jetzt gern Johnny English, aber ich guck auch gern so Action wie Herr der Ringe, Harry Potter, ja, und noch viel mehr. Ja, und, ähm, Horrorfilme guck ich auch wie Saw, Scary Movie und Scream. Und die nächste Frage, Lieblings-TV-Serie. Ja, da guck ich gerne Danilo Winski und In aller Freundschaft. Ja, Merlin guck ich auch ganz gerne und am besten fäng ich auch The Voice of Germany, diese Show ist ganz gut. Ja, eigentlich guck ich auch Shows überwiegend gern, ja. Wen findest du besser? Steve Jobs oder Bill Gates? Also ich find ja Steve Jobs besser. Naja, der ist ja tot, was ich auch schade find. Den fand ich gut, weil der ist ja der Macher von Apple und ich mag Apple, die sind schön, die haben den Apfel hinten drauf und, ja. Okay, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wie viel Zeit am Tag verbringst du im Internet? Ja, also ich verbring jetzt auch nicht so viel Zeit im Internet. Ich bin ja nicht so einfach hier, sondern ich verbring nur so fünf Stunden, ja. Fünf Stunden am Tag, sagen wir mal. Plus, minus, ein, zwei Stunden. Und das trifft sich dann. Okay, mit meinem Video könnt ihr auch anderen Leuten Fragen stellen, die taggen, ja. Und das war's dann mit meinem Tag. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020